Trocken Wir versuchen es einfach mal die Segnung für 5 Geist, wenn sie nicht trocken Gehen wir weiter Ich habe Verfolgungswahn Yaro, Orangene Die haben nämlich sehr viel Damage Also Entfernung Das ist noch magisch Ich weiss jetzt nicht was wir für Resistenzen haben Steht das hier nirgends Stehen Nehmen wir mit Und eine Weihnachtsbärm Und eine Weihnachtsbärm Ich hab dich schon gesehen Ja, 5 Magnolinsstücke Sehr schön Geistersbeschwör ist hier Da haben wir das Feuerwerk Okay Und das ist wieder lecky Wahrscheinlich ist der Server wieder überlassen Da wurde so extrem runter geschaut Wenn ich jetzt mal ein bisschen Erwähnt ist Das ist so Dann gibt es die richtige FPS Also FPS Leck Also Internetleistung abbrechen Also Ja 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 Augenblitz Haha, jetzt greif ich auf Nein Ich hab's mir nicht gleich Ja 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 So hab'n ich mein Schaf Oder? Ich verstehe natürlich alles Gut Den hinten hast du noch einen. Oh, die ist der Achtung. Okay, wer seid ihr jetzt? Selman, Sunzimmer, Floyd. Gangsters Diamond Floyd. Kenn ich jetzt nicht alle. Fretchen kenn ich. Goldtämpf kenn ich. Eisdächtchen. Hab ich ja schon gehört. Wie heißt er? Zwei, weiß ich nicht. Ja, schönen Bogen. Das ist, glaub ich, der Magnanitzbogen. Kann das sein? Ja, scheint. Der zweite ist blau vielleicht. Ähm, vielleicht ist der Gefärbtes. Oh, das kannst du gar nicht sagen. Das ist auch Magnanitzbogen. Okay, ähm, schauen wir mal. Ja, wir haben immer noch keine Warp-Points. Weil wir einfach kein Damage-Glocken. Kein Last-Hit machen können. Haben wir. Wie ist das bei? Fidanim. Kein Patch. Blitz und Dawn kenn ich nicht. Diesling hier. Lumpi kenn ich auch nicht. So, Leute, ihr seid jetzt hin. Ich möchte gerne mitkommen. Sie nehmen auch hier und warten auf bessere Taten. Halkbrücke. Okay. Jetzt kommen plötzlich dann wieder viele Süden. Ich bin One-Hit-Tot. Gut, die Augen offen halten. Wieso sind hier so unterlevelige Gegner? Verstehe ich nicht. Das ist ein Null. Also das ist die Brücke. Ja. Oder man, diese. Ja, wir müssen noch gegen die Süden kämpfen. Das ist schon diese. Jetzt können wir hier unten mal durchgehen. Und da kann ich das nicht machen. Ja, das war jetzt auf. Ich will doch nur schauen. Was ist denn so schlimm? Kommst du hinterher? Tja, du hast halt ein bisschen Zeit verloren, indem du das Pferd ab dem Pferd gestiegen bist. Okay, gehen wir zur anderen Brücke. Wahrscheinlich müssen die die Relikte holen. Da ist eines, wo geht es hin? Bleib dort. Bleibst du mal da? Okay, jetzt geht es Richtung Hicken. Der Exorix Level 2. Hier. Es ist überall Trolle, die den Weg versperren. Das sieht jetzt mal richtig gesund aus. Okay. Hier ist eines. Und meine Karte schreit wieder wie von einem Messer gestochelt. Hier ist eine Wettung nach einem Messer gestochelt. Hier ist aber auch ein Pferd zu stehen. Hier sehen Sie, welche Deroffaargen. Hier ist eine Wettung nach. Nix los. Keine Spiele mehr. Ackersborg. Ist gar nix. 2 AFK. Da oben ist kein Schwier. Sehen wir mal durch den Geheimgang. Der fällt hinter die Burg wahrscheinlich. Oh. Okay. 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 Wir werden jetzt ein wenig warten. An die Zeit. Vielleicht kommt. Ja. Mal die Zeit. Mit dem die Schlafmützen auf die Tour gehen. Okay. Little Monstru. Minichirize. Okay. Ja. Nix los. Nix los. Okay. Dann mache ich mal eine kurze Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja.